Ja, ich will schon gesehen, wir haben hier oben noch ein bisschen aufgebaut und wir haben uns jetzt ein bisschen müde gemacht, so wie in unserem Proberaum damals. Wir sind gerade hier oben auf der Biene, nichts ab genauso wie in unserem Proberaum. In unserem Proberaum waren das immer verschillende Kissen, altes Essen oder einfach in die Ecke getitzt. Heute Abend ist es ja der EO, tut mir leid. Bevor ich das vergesse, ich finde, jetzt ist ja eigentlich schon mal ein guter Zeitpunkt, um den Gastmusiker auf der Bühne mal vorzustellen. Also, wo sind wir uns bitte für Wolfgang? Und natürlich, Moritz Säge! Und Tom. Und mein aller allerliebster Gastmusiker heute Abend ist Bill! Alles dann haben wir noch vor euch. Tschüss! Rette mich!